Haben Sie sich jemals gewünscht, Ihren Mann Sascha auszutauschen? Heute ist Katja aus Niedenstein hier bei uns und kämpft um 10.000 Euro. Der Test startet jetzt. Sie haben fünf Kinder. Würden Sie eine weitere Schwangerschaft, wenn es eine Zwillingsschwangerschaft wäre, abtreiben? Ja. Finden Sie Michael Patrick Kelly, hübscher als Ihren Mann? Ja. Haben Sie schon mal in die Dusche gepinkelt? Ja. Haben Sie sich jemals gewünscht, Ihren Mann Sascha auszutauschen? Nein. Die Antworten werden analysiert. Du hast die Wahrheit gesagt. 10.000 Euro für dich. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Liebes Radio FFH-Team, ich bin so happy, mir fällt so ein Stein vom Herzen. Die Anspannung die ganzen letzten Tage schon, ich hatte Durchfall. Ich bin so happy, mir fällt so ein Stein vom Herzen. 10.000 Euro für die Wahrheit, der FFH-Lügendetektor.